Oh, wo ist denn der? Ich seh den nicht. Oh, der ist hin und der ist auf der Seite. Bist du hier drin? Ich bin hochgerannt. Bist du jetzt hingekommen? in die wo wir gerade waren oder die andere ich bin wieder in der wo wir gerade waren können ja jetzt ja nicht ewig und drei tage hocken komm mal zu dir rüber gerannt vielleicht lockt ihn das ja raus oh ja ich hab noch schießen gehört ok der hat mich was der hat dich erschossen ne noch nicht oh wo ist denn der ich seh den nicht oh der ist auf der Seite äh bist du hier drin und ich bin hochgerannt wie auf der Seite auf der anderen Seite von wo du gekommen bist äh ja quasi da wo die scheiße wie soll ich dir das jetzt erklären seh dich hier halt auch nicht ich bin am Berg hochgerannt ist er hinter uns ist er aus der Richtung gekommen wo du wo du hergekommen bist oder von vorn ne ne der ist völlig woanders der ist Richtung Dorf eigentlich achso ja da bin ich oben jetzt am Berg ich muss mich heilen scheiße ich hab mir meinen Arm verschossen ich bin sehr gut ich bin sehr gut ich bin sehr gut ich bin sehr gut wo bist du jetzt ungefähr wo bist du jetzt ungefähr ich bin Richtung Torfighter gelaufen ich hab umgeguckt ich hab ihn nicht gesehen nach mir smartest da bin ich die bist du irgendwo ich bin immer noch in der hütte also in der wo du warst quasi also ich bin da oben lang gelaufen ich habe ihn nicht gesehen der ist doof in Richtung Norden ich schaue jetzt ab kommst du hoch im Berg oder was nein ich renne jetzt hier erstmal durch den Wald Richtung Dorf unten am Fluss lang ich sehe dich wie du gesprungen bist bist du gerannt oben am Berg ja bist du über den Felsen gerannt ja ok wo bist du ich bin links von dir da hat mich der hat mich der steht auf dem Felsen ohne Helm ohne nichts wo hinterher gerannt scheiße wo ist denn der eigentlich Ort der steht auf dem Felsen oben der lootet mich jetzt ich wüsste wo du bist Ugo der wird sich jetzt schön freuen und Draht Sollte Das war's. Das war's. Das war's. Das sind zwei hier drin. Ich hab keine Granaten. Was schießt denn hier auf mich? Was schießt denn hier? Das war's. Jetzt sind wir hier schon, wo das kommt. Da könnte einer hinter uns kommen. Na komm Beute. Dann rennen wir an unser Scheißdorf. Das war's. Das war's. Oh. Das ist nicht auf uns. Ja, aber das ist gar nicht mal so unnah. Oh, jetzt sind schon welche drin. Oder sind's Gaffs? Das ist ein Scheißdorf. Okay. Alter. Alter, vier Schuss braucht der. Nicht so in Ernst. Ich bin hinter dir, ne? Okay. Okay. Der eine ist Gaffsdorf. Ich hab ihn mal noch nicht gelootet. Ich hab ihn mal noch nicht. Ich hab ihn mal noch nicht gelootet. 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 Okay, ist down. Ich brauch noch eins Gaff. Oh, da ist er schon. Wo ist denn der? Stand vor dem Zaun hier. Ja, Mission erledigt. Sehr gut. So, jetzt denk dran. Keine Medizin nehmen. Ne, jetzt ist es vorbei. Jetzt kann ich es ja nehmen. Nein! Doch, ich hab die Mission, kam jetzt abgeschlossen. Okay. Ich muss die drei Skepsis erschießen ohne vorher Medizin oder währenddessen. Die Mission ist jetzt abgeschlossen quasi. Na gut. Was war hier drinnen? Munition. Auf der Couch, sagst du? Ja. In der Tasche oder was? Ne, nicht auf dem Bett. In so einer kleinen Packung. Ah ja. Ah ja. In welchem Haus bist du jetzt? Bist du hinten im Schuppen oder was? Ja. Ja. Ah ja, ich komme. Reifst du? Ja, ich komme. Hast du hier schon alles? Ja. Brauchst du was zu essen? Ich habe den voll mit Essen. Ich habe den voll mit Essen. Ich höre Schüsse oder auch was? Ja. Das ist weit weg, ne? Das ist schon ein Stück weg, ja. Okay, ich gehe mal in das Haus hier drüben, also rechts. Ich komme mit. Ich komme auch hinten durch die Garage, ne? Mhm. Oh, WD-40, geil. Oh, da ist einer. Da ist tausend Spieler. Ne. Das ist ein Skeff. Das ist ein Skeff. Das ist ein Skeff. Ich mache mal hinten die Tür wieder zu an der Garage. Ja. Oh, hier ist ein Relais. Ne mit. Geil. So, auf zur Brücke, ha? Haben wir überhaupt den Extraction? Warte mal, hier ist ein Handrill. Ich muss ganz kurz umladen. Ne mit. Brücke Extraction haben wir, ja. Was ist denn das Ding? Jetzt. Okay. Ich hoffe es ist auch da. Wo bist denn du? Ich liege hier los in den Tisch. So, ich sehe dich. Da ist einer da vorne. Warte, ich habe Granaten. Warte, extra hier vielleicht. Warte, ich habe mich erwischt. Boah, ich kotze ja ab, Mann. Von wo? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon da vorne. Mit der Typ Bred. Mit der Haufen. Das ist doch nicht der. Mich kam so umgekehrt, die Toten. Es waren zwei. Ja. Einmal sein lassen. Wir hätten sie rauslassen sollen. Ne, der eine war unten. Die wollten das Exit bekämpfen. So. Hm. Den hat doch von unten geschossen auf dich. Sinnlos. Boah, da musste ich nachladen. Dann kam der... Oh, ich kriege auch Runde, genau. Diese Hurensöhner. Boah, das ist echt für den Arsch. Fick Scheißspiel, ey. Jetzt habe ich hier ungefähr 150.000 gelassen. In der Mitte.